Hallo und herzlich willkommen! Ich heiße Stopfer15344 und wir spielen Broforce auf der PS4 weiter. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Wir spielen genau da, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Und ja, mal sehen, ob wir dieses Mal die Mission schaffen werden. Den haben wir schon mal erledigt. Wir müssen ja jetzt sehr vorsichtig sein, weil... So, die hätten wir schon mal erledigt. Uhuhuhuhu, der ist gestorben. So, wir zerstören mal die Rakete. Na, super. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Na, super. Wir haben natürlich gleich mal verloren, aber egal. Dieses Mal werden wir es auf jeden Fall schaffen. Go, go! Ah! 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 So, der ist mal auseinander geflogen. Oh ja, und wir sind natürlich gleich wieder gestorben. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Mission? Three, two, one. Go, go, go! Wem spielen wir jetzt? Okay. Oh, der hätte uns der Hund beinahe erwischt. Oh, oh, oh. Man muss aufpassen. Man sieht ja, der Bot hat nicht gerade lange durchgehalten. Ach Mann, ey. Okay. Gleich zwei Hunde auf einmal erwischt. Ja, dafür sind wir jetzt gerade eben gestorben. Können wir den noch benutzen? Oh ja. Oh ja. Ja, der Umgang mit dem Bot ist gar nicht so einfach. Aber man sieht ja, das Ding ist dann down. So, das hätten wir schon mal geschafft. Oh, super. Und ich habe mich natürlich gleich mal selbst umgebracht. Oh, was hat der denn jetzt? Jetzt ist der gesprungen. Also ich glaube, die Mission wird uns noch richtig Nerven kosten. Mann, na super. Oh, super. Oh, super. Ich hoffe, ich treffe mal diesmal. Oh, meine Fresse war das Knöp. Oh, meine Fresse war das Knöp. Mal sehen, wie wir uns jetzt hier aus der Patsche hilft. Oh, ich bin natürlich gleich rennen gesprungen. So, wie sieht es jetzt erstmal ganz gut aus? Ja, natürlich. Gerade davon gesprochen und bumm. Oh, wir haben Bro verloren. Das kann doch nie wahr sein. Oh, die Mission macht mich richtig kaputt. Ich will den langsamer schaffen, den Rotz. Ich brauche schon viel zu lange für das bisschen Scheiße. Oh, oh. 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 Oh, warum rennen? Mann, ey. Ich habe das gerade gar nicht gemacht. Oh, ey. Also. Alter. Also manchmal bewegen sich die Leute nicht. Dann sieht es ja. Ich habe gerade versucht, ein Befehl zu geben. Der hat das nicht gemacht. Also. Oh. Da sieht man, dass das Spiel noch Entwicklungszeit gebraucht hätte. Ganz deutlich. Also. Ne. Jetzt machen wir immer die Spackos fertig und den ist gut. Okay. 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 Bro, shit. Von Machete, glaube ich, ist das der Schauspieler. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber wir werden jetzt nicht jeden einzelnen von denen töten, weil es hat einfach mal keinen Sinn. Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt ist schon wieder mein Spacko gestorben. Oh, das gibt es nicht. Wirklich, die Mission, die macht mich echt rasend vor Wut. Oh, mach mal die jetzt fertig, die komischen Spackos. Oh, das ist ja. Ey. Wir müssen schaffen, wir müssen schaffen. Wow. Wow. Oh, endlich haben wir die Mission geschafft. Oh, Mann. Also, es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber es wird langsam immer schwieriger. Man merkt es ja schon. Und ich will gar nicht wissen, wie jetzt die nächste Mission sein wird. Aber hoffentlich. Ja. Fug ich mich wieder ein bisschen rein, damit wir weiterkommen. Oh, Mann. Waren wir hier nicht eigentlich schon letztes Mal? Waren wir hier nicht eigentlich schon letztes Mal? noch werde ich den Weg machen sollen? Ja, das ist ja alles. Das ist aber genau. Oh, Herr. Nee. de. Nee. Nee. So, ich weiß nicht, ob der Bot eine bestimmte Lebensanzeige hat oder nicht. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Okay, da unten ist ein Minenfeld. So, weg mit euch. Oh, oh. 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 Also, das Spiel ist abgrund-fucking-schwer. Na, okay. Starftank! Dann kämpfen wir mal gegen den Starftank. Oh, na super. Und ich bin noch schön reingerannt. Oh, verdammt, ey. Und wir müssen vorsichtig sein. Oh, ja. Und ich renne natürlich noch schön rein. Oh. Das Ding ist besiegt. Ja, wir sind relativ weit gekommen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Mission schaffen würden. Aber, wir haben sie geschafft. So, dann werden wir gleich mal mit Mission 6 fortfahren. Ich hoffe natürlich... Okay. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Also, ja, mal sehen, ne. Was genau hier geschehen wird. Was kommt nach Terroristen? Vielleicht Zombies und Tote? Keine Ahnung. Dämonen? Haha. Ich bin gespannt. Hey, was ist denn hier los? Na super. Und ich renne auch noch schön rein. Okay, wir machen es jetzt nochmal. Aber diesmal machen wir es ein bisschen anders. Okay, wir können sie also anscheinend für uns einsetzen. Alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber wir haben auf jeden Fall Hilfe. Ohohohoho. Dann explodiert gleich unsere Bombe. Eçar. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Aber wir sind natürlich noch schön reingerannt Aber ist egal Oh, meine Frist Das ruckert jetzt wie Sau So, der Panzer hier oben ist zerstört Da oben ist noch ein Bro Den retten wir natürlich So, weg mit euch Oh, na super Aber wir spielen jetzt Barakus So, dann hätten wir die Mission geschafft Ah, es freut mich wirklich sehr Ich bin am überlegen, ob wir noch eine Mission spielen Aber wir sind schon so häufig gestorben Da beende ich jetzt einfach das Let's Play Wir spielen ja fast 20 Minuten Ich würde mal sagen, wir beenden hier das Let's Play Es hat mich gefreut, dass ihr auf jeden Fall dabei geblieben seid Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like Oder natürlich meine Videos teilt Auf jeden Fall sehen wir uns zum nächsten Mal bei Let's Play Bro Force Bis denn und tschüss